Ja, so lange da glaub ich keiner in die Nähe ist dann Das ist ja gut Dirt, 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 Dirt Irgendwann brauchen wir auch mal Jetpacks, ne? Oh ja Dann mach ich jetzt nächstes paar Jetpacks Ja, das ist gut Dann kriegst du auch ein Jetpack oder machst du da irgendwas mit Botania? Ich weiß gar nicht, ob Botania irgendwas gibt Aber ich weiß, es gibt ein Amulett, damit kannst du auch fliegen Und dafür brauchst du Karten nix Ja, ich mach trotzdem Jetpacks, Jetpacks sind toll Naja Da sind zwei Stinker Spawner, ne? Mhm Okay, naja, setzt die einfach übereinander, du passt da Ja, kann ich machen Ja, aber werden die geküttelt und gibt's dann Blazepacks raus, oder? Ja, klar Okay Ja, ich muss ja mit der Hand tönen Naja Und zur Not nehm ich einen raus Und dann pack mal weiß ich nachher noch einen anderen Spawner rein, oder so So einen einfachen Ja Die Bracers sind schon eigentlich ganz gut Auf jeden Fall Für Strom, technisch, auch noch Mhm Obwohl das jetzt nicht das Problem ist, Strom Ja, Strom haben wir mehr als genug Ist die Batterie-Bagger ich schon voll? Ich glaub die ist voll Ich glaub die ist voll Schau mal eben Ich glaub die eine ist voll, definitiv Die fünf Millionen, ne? Ja, sie ist voll Ätzend Ja, was soll man damit noch betreiben? Erstmal haben wir ja gar nix Erstmal nicht Kommt alles noch Irgendwann haben wir bestimmt was, was Strom braucht Ja, das ME-System Ich glaub das brauchen wir Da können wir Spatial Storage machen Oh ja, Storage Ja, aber die werden auch voll Ja, das übertreiben wir dann einfach Mhm Nein, fick dich Fickt euch, ihr Konveiables Ich will doch nur da hinten hin Nein Nein Tschüss Scheiße Kann werden, ist ok So, machen wir hier einen runter Oh ja Schon wieder Inventarfall, ja Oh Die Dinger sind ja so billig Die Diese Ränge, wo man fliehen kann, ne? Ja Mhm Du brauchst nur einen Neathers-Equip dafür Und Unstable Inkets Oh Richtig billig Obwohl, geht ja nur Obwohl, geht ja nur Instabil, in ganz Und soll ich sammle jetzt den ganzen Dirty auf? Mhm Ne, ich hab grad keinen Demeter-Platz Ich mach das jetzt, ich glaub jetzt einfach erstmal rum Ja, ich will hier nicht runter Oh Wenn die nächste Nacht eingebrochen ist, müssen die Stinker weg Und spawnen die dann nochmal Okay, der kommt Ja 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 Ich hab hier noch kurz angefühlt Ah, Nasejuk Davon habe ich jetzt kein Glück Ich glaube, das wäre hier sogar praktischer mit Zombies, weil die nicht so rumnerven Ja, da können wir so ein Dreieck links, rechts und oben halt so Spawner hinbauen, die durch mit Wasser dahingespült werden automatisch Hä, warum Wasser? Hier haben wir ja da jetzt Ja Jaa Kann jeder anziehen Wat? Jeder kann, wenn wir jetzt machen Wir können schön bauen Dun-dun-dun-dun-dun-dun Dun-dun-dun-dun-dun Technisch gesehen bin ich fertig Technisch gesehen, wirklich? Ja Und technisch gesehen auch Ich muss nur in den Tunnel bauen, dass die rauskommen Ja, und ich irgendwie reinkomme, ne? Oh, wie war das jetzt? Ach ja Wer ist oben da? Stimmt, ja Boah, ich hatte diese komische Plattform Okay Wo sollen die denn da hin? Achso, einfach da dran oder was? Ja, da drauf halt auf dem Block, der da schwebt Das Ding Achso, okay, ja seh ich Ja, mach ich mit der Portal, dann mach ich unten das Ding rein und portal mich von oben nach unten hin Scheiße Was los? Ich brauch so'n Terror-Stil-Platte Ich brauch so'n Terror-Stil-Platte Ich brauch so'n Terror-Stil-Platte Dafür brauch ich drei Lappen-Statio-Blöcke Eine Feuer-Rune Eine Air-Rune Eine Mana-Rune Eine Erst-Rune Und eine Water-Rune Bist du rausgekommen, bitte? Hallo Da hinten Ist schon einer drinnen? Ja Eine Water-Rune Soll ich reinholen? Ja Okay Warte mal, ich brauch nen Port unten irgendwo Okay Irgendwo unten da in deinem Tunnel Da, wo man runterfliegt, da wo die Conveyables sind Da hast du da bestimmt irgendwie nen Ausweg, ne? Ja, oder? Oder warte, ich spring eben runter Einmal Hi Ja, hier muss ich da hin So Ja Na gut, du musst nicht hier Na ja, ich muss mir eben das Portal einer umsetzen Okay Kommen die dir das jetzt voraus? Nein Nein Darum, ich hol das mit dem Portal hin Tu die jetzt dahin droppen Dann komm ich wieder Fünf Ähm Ne, damit sollte ich das jetzt nicht machen Ich nehm einfach ne einfache Spitzhacke Das reicht Ach scheiße, jetzt hab ich das Portal da hinten hingesetzt Kacke Da hin Also da schwebt jetzt nur noch ein Block, da sollen die alle drauf Hm Stinker, haltet die Fresse Warte 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 Warte, warte, warte Aber warum machst du das? Die Dann Dann Bin die dann sowieso irgendwann weg Also Einen hab ich Keine Frucht, Frucht, Frucht So aktivieren die sich nicht, solange ich den in der Hand hab Da den einen Block nur noch Okay Ja, da drauf halt Okay, steht der Erste Ich muss schwinken Das heute kommt Da spawnen uns auch schon welche, oder? Maybe Dann soll ich vielleicht unten den Block da wieder hin machen Aua Die Hunde Der ist halt so richtige Stinker, ne? Ja, jetzt wunderlich Ich sterb gleich, ich sterb gleich, ich sterb gleich, ich will nicht sterben, ich bin tot Ach, verlasche Ich komm jetzt an meine Sachen dran Jetzt muss ich den Netz mit Hand aufkloppen, den Stein Hier hinten ist auch ein Eingang Geht ganz schnell Ja, da bin ich ja durchgegangen Ich hab nur keine Rüstung So, eben kurz mein Männer Geh weg meine Sachen, geh weg meine Sachen, geh weg meine Sachen Wollen wir so viel mit, ne? Richtig ist jetzt die Portalgun Jetzt wird die Stinker wegkriegen Sehr gut Okay Kann ich das Ding gleich irgendwie auch abreißen Ich hatte 20 Level Er hatte 20 Löffel Löffel, Löffel, Löffel Bitte Sehr gut Geh weg, Stinker Oh nein, ich hab ihn mitgebracht Pass auf hinter dir Jetzt können sie nicht mehr durch Jetzt geh ich ein bisschen blutfarben Okay, dann ist das auch schon mal fertig Süppi, Süppi, Süppi Superbe Superbe So So Deckleiter, Hangleiter, Hangleiter Hangleiter, Hangleiter Hangleiter, Hangleiter Rucksack Du musst jetzt richtig viel EP bekommen Also ähm EP Wir haben ja noch ein Monsterding, ne? Gott Monster Spawner Ja, und Zombie Spawner steht da noch Haben wir auch noch den Stellen gehört? Weiß ich nicht, könnte machen Warte Ich hab oben auch schon zum gebaut Nein Ach ja gut, ist ja nicht schlimm Da sind auch schon Blöcke drauf, damit die da drauf nicht stehen Musst du abbauen Naja Ist das 25 EP? Irgendwo hier Ich glaube, ich muss hier den da reinstellen Ich komm nicht anders hin Scheiße Drei Drei Davon Stinker, ihr bekommt doch nur noch mehr netten Besuch da unten Drei So Eigentlich müsste ich jetzt irgendwie mindestens 70 LP bekommen haben Mal schauen Drei So, Licht nach oben drauf, dann ist Alisiert Warte Warte Normalerweise müsste das reichen mit 4x4, ne? Ja Ich bekomme dadurch irgendwie keine Punkte Okay Brauchst du da nicht so ein Orb für? Nee, nee Brauchst du da so ein Orb für in der Hand? Oder bollert ihr das in mein Orb rein? Jaja, ihr müsst das in dein Orb reinballern Iiii Was denn, warum hab ich jetzt noch 4 oben bekommen? Okay, gut, versteh ich nicht Komisch Oh, das Glas ist wieder abbaubar? Nice Naja, das Glas ist komisch Und ich muss das Konstrukt leisten Ja Stimmt, ja Geht Zombies bauen auf jeden Fall